Brandenburgische Innovationsfachkräfte 2022, auch schön zwei Elemente drin. Hintergrund des Ganzen ist der folgende. Wir haben im Land Brandenburg aber noch eine sehr hohe Abwandlungsquote von Studierenden. Das heißt, wir sind nicht mehr Letzter im bundesweiten Ranking. Wir sind davor Letzter. Bremen hat jetzt Laterne, aber wir haben immer fast noch 70 Prozent der Absolventen, die das Land Brandenburg nach Beenden des Studiums verlassen. Und das ist eine Menge. Und da hat sich das Land Brandenburg gedacht, okay, wie können wir es schaffen, dass die Studierenden hier bleiben und wir wollen das so machen, dass wir so eine Art Binde- und Klebeeffekt aufbauen. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine Möglichkeit, dass sich zwei Zielgruppen stärker kennenlernen. Wir haben auf der einen Seite natürlich dann die Werkstudierenden oder auch die Absolventen und auf der anderen Seite haben wir dann die Unternehmen. Und die sollen sich mithilfe von zwei Elementen näher und besser kennenlernen. Das erste ist der Werkstudent, die Werkstudentin. Ich möchte also im Rahmen, und jetzt kommt es, deswegen ja auch Brandenburger Innovationsfachkräfte, im Rahmen eines betrieblichen Innovationsprojektes möchte ich im Unternehmen arbeiten. Ich, der Werkstudent. Das heißt, ich muss im Unternehmen etwas bearbeiten, erarbeiten, was für das Unternehmen neu ist. Ja, das muss jetzt ein neues Produkt nicht unbedingt sein oder ein neuer Bereich, aber etwas Neues für das Unternehmen. Das reicht aus. Es kann aus dem Portfolio sein Ihres Unternehmens, eine Dienstleistung, was auch immer. Es kann auch aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit sein, Marketing. Es kann auch aus dem Bereich Personal sein, was Sie für Ihren Unternehmen benötigen und was so in Ihrem Unternehmen noch nicht umgesetzt worden ist. Das kann bearbeitet werden zum einen von einem Werkstudierenden. Und das sehen Sie hier an dieser Stelle. Wir haben hier verschiedene Förderbeträge. Das ist grundlegend eine 60-prozentige ESF-Förderung. 40 Prozent würden Sie übernehmen müssen. Arbeitszeitmodelle sind grundlegend möglich. Wir haben hier eine Förderdauer von maximal 12 Kalendermonaten, volle Kalendermonate, wohlgemerkt, ganz wichtig, Minimum sechs. Und je nachdem, wie viel Sie auch letzten Endes bezahlen wollen, bekommen Sie einen Förderbetrag. Sie sehen hier also die höchste Stufe, das ist die Nummer eins. Das heißt, wenn Sie bis 20 Wochenstunden, darüber hinaus geht es nicht, weil der Studierende ja nicht seinen Status als Student verlieren soll. Nicht weniger als 15, sagen wir, damit er noch, ja, ich will mal sagen, so junges, frisches Wissen mit reingegeben werden kann. Das heißt, wenn wir bei bis zu 20 Wochenstunden sind, Brutto-Monatsgehalt ab 1040 Euro, bekommen Sie von uns eine Förderung von 620 Euro. Da gibt es ein paar Hinweise, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Im Einzelnen möchte ich Ihnen auch wirklich grundlegend empfehlen, wenn Sie da jemanden planen einzustellen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir können Ihnen da gerne helfen. Wir haben im gesamten Land Brandenburg 5-Niederlassung, wo wir auch gerne Sie dann auch beraten werden, auch wieder bis hin zum Antrag. Danach kommt auch wieder die LB. Aber grundlegend sind wir gerne bereit, auch Sie dahingehend zu begleiten. Das heißt, im Vordergrund muss auch wieder diese innovative Aufgabe stehen. Das ist sowieso Gesetz. Das ist Nummer eins. Ganz wichtig, bevor Sie diese Person einstellen, bitte den Antrag stellen. Nicht erst einstellen, unterschreiben lassen, dann den Antrag stellen. Das wäre auch nicht mehr förderfähig. Also bitte vorab den Antrag stellen. Natürlich dürfen Sie nicht irgendwie anderes Personal ersetzen. Das heißt, Sie entlassen zwei, drei Mitarbeitenden und holen sich dann neu rein. Also das ist nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht erlaubt. Der Werkstudent, die Werkstudentin sollte auch für eine Betriebsstätte innerhalb des Landes Brandenburg tätig sein. Das ist grundlegend das, was auch damit gewollt ist. Hier ist es so, dass Sie alle drei Monate eine Mittelanforderung stellen können und sich dann das Geld wiederholen von der ELB. Und förderunschädlich vor der Einstellung sind einige Dinge. Das heißt, ich habe mal hier einige Beispiele aufgeschrieben. Geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse sind Praktika ist möglich. All das, was in diesem Rahmen eben möglich ist, ist auch förderunschädlich. Kommen wir zum zweiten Element. Das erste war der Werkstudierende. Jetzt kommt der Innovationsassistent, die Assitionsassistentin oder auch Absolvent, Absolventin. Im Grunde genommen sind das also die Personen, die das Studium abgeschlossen haben. Ob nun Diplom oder Master, Magister, der letzte Hochschulabschluss zählt. Das ist wichtig. Bachelor, wie auch immer. Im Grunde genommen ist es das Ähnliche, wie eben beim Werkstudierenden wichtig ist. Es geht hier um eine innovative Aufgabe. Die muss umgesetzt werden. Der Zusatz noch hier. Wir haben hier noch die geregelte berufliche Aufstiegsfortbildung. Das heißt, der Meister, Techniker, Fachwirte sind leichtgestellte Abschlüsse mit zum Beispiel Bachelor. Das heißt, die können auch gefördert werden. Wenn Sie da jemanden an der Hand haben und sagen, ich würde ihn gerne einstellen, kein Problem. Auch das wäre möglich. Hier ist es auch wieder eine 60-prozentige Förderung. 40 Prozent würden Sie übernehmen. Natürlich ist hier das Brutto-Monatsgehalt höher als beim Werkstudierenden. Wir haben jetzt hier mal die höchste Förderstufe. Das ist die Nummer eins. Das heißt, wenn Sie Ihrem Arbeitnehmer 2.750 Euro bezahlen würden, dann über 38 Wochenstunden, dann bekommen Sie in Förderung von uns 1.650 Euro. Und so würde sich halt, je nachdem, wie viele Wochen Arbeitsstunden Sie dann nehmen würden, würde sich dann im Teil der Förderbetrag entsprechend ändern. Grundlegend geht es hier um zwölf volle Kalendermonate. Das Ganze kann um weitere sechs Monate erweitert werden auf 18 Monate, wenn die innovative Aufgabe aus einem nachhaltigen Bereich hervorgeht. Und jetzt sind wir gerade in Umarbeitung der Richtlinie. Das heißt, wir erwarten in den nächsten drei, vier Wochen eine Änderung der Richtlinie in Kleinigkeiten. Das sind keine großen Sachen. Aber an diesem Punkt wäre es etwas eine größere Sache. Das heißt nämlich, dass es dann nicht mal grundlegend zwölf volle Kalendermonate wären, sondern 18 grundlegend volle Kalendermonate und erweiterbar auf bis zu 24 Monate dann, wenn man im nachhaltigen Bereich die innovative Aufgabe sieht. Auch hier mal eine kleine Hinweise. Innovative Aufgabe sollte natürlich wieder im Vordergrund stellen. Das ist ganz klar. Auch vor der Beantwortung auch hier bitte keine Vertragsunterzeichnung. Grundlegend, und das ist auch gewollt, das ist diese Förderkette. Er kann oder sie kann bei Ihnen erstmal eingestellt sein als Werkstudent, Werkstudierende und dann später danach als Innovationsassistent beschäftigt werden. Also diese Förderung ist durchaus möglich und auch gewollt. Auch hier darf natürlich kein Personal ersetzt werden. Auch hier bitte innerhalb des Landes Brandenburg tätig sein. Wichtig, das ist ein kleiner Unterschied, der letzte oder der Abschluss der Person, die Sie einstellen wollen, darf nicht länger als 36 Monate zurückliegen. Das ist wichtig. Auch hier gibt es einige förderunschädigen Vorbeschäftigungen. Taktiker sehen wir wieder, Werkstattentätigkeit hatte ich gerade schon erwähnt. Also es gibt einige Dinge, die dürfen vorab schon stattgefunden haben. Aber grundlegend eine SV-pflichtige Beschäftigung. Das heißt, diese Person war bei Ihnen schon beschäftigt. Das ist förderschädlich. Das ist nicht gestattet. Das würde also rausfallen. Wie sieht ein Antrag aus, Antragsunterlagen? Das sind ein paar mehr Unterlagen. Ganz klar, wir haben einen Antrag, Erklärung und wir haben hier eine Eigentümerstruktur und Kopie, das ist ein Ritzauszug und die Minimis-Erklärung und Personalausweisentwurf, das Arbeitsvertrag ist. Ja, das ist ein wenig mehr. Das Entscheidende ist aber der Punkt 10. Das ist das Konzept. Das heißt, in diesem Konzept, sowohl für Studierende als auch für die Absolventen, beschreiben Sie, was ist die innovative Aufgabe? Was ist der Neuigkeit, hat er gesagt da? Was ist das Hauptportfolio? Womit wird man sich später beschäftigen? Wie grenzt sich das Ganze ab? Wer betreut die Person? In diesem Konzept beschreiben Sie quasi diese Aufgabe. Das ist Grundlage des Ganzen. Wie schon erwähnt, auch die ILB übernimmt die Bewilligung dieser Richtlinie. Dort stellen Sie auch wieder einen Antrag, entsprechend das Portal aufrufen. Auch hier ausschließlich digital bitte erst den Antrag stellen, dann die Innovationskraft einstellen. Momentan, und da sehen Sie es auch schon, die Richtlinie tritt am 30. Juni 2024 außer Kraft. Wir warten quasi täglich auf die Unterschrift und auf die Veröffentlichung der neuen Richtlinie im Amtsblatt. Und da steht drinnen dann schon, wir wissen es schon, dass dann bis zum 31.12.2028 das Ganze verlängert wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass noch vor dem 30. Juni 2024 auch die Richtlinie dann in Kraft sein wird. Das heißt, es ist eine kleine Überarbeit. Das sind drei, vier Punkte, die nicht wesentlich sind. Ich erwähnte es gerade eben schon bei dem Zeitraum auf 24 Monate. Das ist durchaus wesentlich, ganz klar. Aber an allen Dingen sind eher so marginal. Wichtig auf alle Fälle auch die Verlängerung und das können Sie sich auch schon mit notieren bis zum 31.12.2028. Soweit von mir.